Ja Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute für euch im Test der China Ball HD von Diamond. Wir haben sie dieses Jahr auf jeden Fall richtig richtig gut gefallen. Ist die aktuelle Charge aus 2015-2016. Pro Schinken habe ich beim Sonderpostenmarkt Krymet 3,99 Euro gezahlt. Wir haben hier ein Bruttogewicht von 2800 Gramm und eine NEM von 117,6 Gramm. Wie schon gesagt, mir haben sie dieses Jahr richtig gut gefallen. Das Besondere bei den Schinken ist, dass die Böller alle einzeln da drin sind. Haben auf jeden Fall eine richtig schöne Verarbeitung. So und hier könnt ihr nochmal richtig schön erkennen, die dicke Wandlung für aktuelle Böller. Also ich meine, das ist wirklich schon richtig richtig geil. Kann man eigentlich so gut wie gar nicht eindrücken. Die Böller sind auch wirklich richtig hart und haben einfach eine schön saubere Verarbeitung. Und dann würde ich sagen, gehen wir die schönen Teile einfach mal testen. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So, wir zünden natürlich auch nochmal einen zweiten. So, einen dritten und vierten gibt es natürlich auch noch. Also Diamond D-Böller richtig geil. Und den letzten. Richtig geile Teile. Bier im Hahn. So, das war keine conocer. Roitzmusik hat einen rein. Okay, wir sehen uns. Und wir sehen uns, dass der Knochen wird. Sehr gut rein. Und wir freuen uns, dass der Knochen wird. Ich bin kein anderes. Und wir sehen uns. Und wirてieren uns, dass der Knochen wird. Und wir sehen uns. Wir sehen uns, dass der Knochen wird. And show das neu? Wir sehen uns. Wir sehen uns, dass ihr jetzt gerne pl будем. Und wir sehen uns, dass der Knochen wird. Und wir sehen uns, dass wir cognitiont. Und wir sehen uns, dass ihr sch Unfwärts. Und wir sehen uns. Und dann Punkt wel Ł"... Untertitelung des ZDF für funk, 2017